Ja, am Montag um 19 Uhr beginnt die Apple-Entwickler-Konferenz, der spannendste Apple-Anlass des Jahres. Wer es mitverfolgen will, kann das freilich auf YouTube oder bei uns in der Zeitung beim Tagesanzeige, da schreibe ich jeweils einen Live-Ticker. Den Link poste ich unten, sobald er live ist. Aber was wäre so ein Event ohne eine Vorschau? Die einen machen eine seriöse Vorschau, mit was alles wirklich kommen könnte, wenn es denn stimmt. Die anderen raten munter drauf los und machen eine Wunschliste. Ich habe mich für ein Mittelding entschieden, eine Bingo-Karte. Ja, genau, so sieht das gute Ding aus. Meine Bingo-Karte für den WWDC-Event 2021. Und ich würde sagen, wir gehen es ganz schnell durch. Vielleicht ist nicht jeder Punkt selbst erklärend. Punkt Nummer 1, smarte Zifferblätter, smarte Komplikationen. Was meine ich damit? Ich wünschte mir, die Apple Watch würde die Zifferblätter und die Komplikationen automatisch anpassen. Man kann das schon mit Shortcuts und solchen Sachen ein bisschen basteln. Ich möchte das ein bisschen smarter und ohne große Eigenleistung von mir haben. Was nützt mir eine Komplikation für einen Fahrplan, wenn ich zu Hause bin? Ich möchte zu Hause beispielsweise das Licht ein- und ausschalten. Also ich möchte, dass die Uhr weiß, welche Komplikationen ich wann brauche und die dann auch anzeigt. Nächster Punkt ist offensichtlich richtiges Multitasking für das iPad. Jetzt mit bis zu 16 GB RAM gibt es wirklich keine Ausreden mehr. Dann LTE-Pflicht für alle Apps ist auch etwas, was schon lange auf meiner Wunschliste ist. Die Uhr kann zwar selber ins Internet, aber nicht alle Apps nutzen es. Das wird höchste Zeit, dass sie das endlich tun. Dann Apple Health ist eine ausgesprochen praktische App. Ich nutze sie ständig, nur halt nur auf dem iPhone. Und ich möchte die lieber auf einem viel größeren Bildschirm anschauen können. Warum ist die nicht auf dem iPad? Ich hoffe, das ändert sich. Mein nächster Bingo-Punkt. Dann Hardware ist an der WWDC immer so ein bisschen Spekulation. Aber ein neuer Mac Mini geistert da schon wieder rum. Warum auch nicht? Dann Privatsphäre. Da gibt es inzwischen ganz, ganz viele Einstellungen bei Apple. Die sind alle irgendwo verzettelt. Mal da, mal da, mal da, mal einzeln für jede App. Ich möchte da was Übersichtliches, wo man alles sieht. Darum mein nächster Bingo-Punkt. Dann etwas, was ich mir seit letztem Jahr schon große Hoffnungen mache, dass es sehr, sehr bald kommt, ist ein neuer Look für iOS und iPadOS. Mit macOS sind die App-Logos ja schon dreidimensional geworden. Ich denke, das kommt auch. Dann HomeKit. Ja, HomeKit ist nützlich, wenn man es kann und hat. Aber irgendwie wirkt alles noch so ein bisschen unausgegoren. Da wünschte ich mir mal einen Neustart. Schließlich heisst es auch immer noch HomeKit. Eigentlich sind alle Kit-Sachen bei Apple etwas für Entwickler, außer HomeKit. Und ja, irgendwie Siri Home oder irgend so was. Mal schauen. Dann ein Klassiker seit 2010. Auf jeder Bingo-Karte von mir Benutzerkonten fürs iPad. Müssen wir gar nicht länger darüber sprechen. Dann, Sidecar ist großartig. Da kann man vom Mac-Fenster aufs iPad schieben. Warum geht das nicht umgekehrt? Mein nächster Bingo-Punkt. Und, oh ja, das muss ich wieder ein bisschen erklären. Watchface Studio. Es gibt immer wieder den Wunsch, dass Apple die Zifferblätter für die Apple Watch öffnet. Wird nie passieren aus zwei Gründen. A, weil es juristisch ein Albtraum wäre und B, optisch ein Albtraum. Aber ein guter Mittelweg wäre eine Art Zifferblattstudio, wo man aus vordefinierten Elementen selber was zusammenbasteln könnte. So kann Apple sicherstellen, dass es nicht allzu hässlich wird. Ich war ja ein bisschen enttäuscht vom iPad-Event vor knapp einem Monat, dass da nicht mehr Zubehör oder irgendwas wirklich rund um Neues fürs iPad kam. Darum versuche ich es einfach jetzt wieder und sei es nur der neue Apple-Stift. Mal schauen. Dann, den Punkt habe ich eigentlich nur drin, um den Kollegen Jean-Claude Frick zu ärgern. iMessage für Android. Eddie Q wollte das ja einst. Craig Federici war dagegen. Mal schauen. Nützlich wäre es alleweil, auch wenn es dann für Android 5 Franken pro Monat oder 5 Euro kostet. Dann, ja das ist ein wilder Punkt von mir. Neuer HomePod. Apple hat ja den HomePod in Rente geschickt. Dann den Apple TV gebracht, der den HomePod richtig toll gemacht hat als Heim-Cinema-Soundanlage. Und jetzt gibt es den HomePod nicht mehr. Also diese Lücke könnte man schließen, aber vermutlich nicht an der WDW-DC. Dann, das ist vermutlich auf allem Wunschliessend zuoberst. Und ich denke auch bei Apple auf der Planungsliste sehr hoch oben. Profi-Apps fürs iPad. Alle reden immer von Final Cut und Xcode. Mal schauen, was denn da aufs iPad kommt. Ich habe es extra ein bisschen allgemein formuliert, dass ich eigentlich nicht verlieren kann mit dem Bingo-Punkt. Dann, Gestensteuerung für die Apple Watch ist auch ganz alter Wunsch von mir. Ich hasse es, die Apple Watch mit der Nase zu bedienen. Ich würde sie lieber so bedienen, mit Handgesten oder so. So etwas gibt es jetzt bereits als Accessibility-Feature, als Bedienungshilfe. Wenn Sie das noch ein bisschen ausbauen würden, wäre es großartig. Kann aber sein, dass das dann erst mit der nächsten Uhr kommt, weil es noch irgendein Hardware-Ding ist. Dann, apropos Hardware-Ding. Das wird auch immer wieder spekuliert, dass es ein neues MacBook gibt. Warum auch nicht? Entwickler lieben das große MacBook Pro. Das wäre natürlich ideal, so etwas an der WDW-DC zu zeichnen. Jetzt, wo niemand im Publikum sitzt, wird der Applaus nicht ganz so groß sein. Aber warum auch nicht? Dann, das ist eigentlich offensichtlich, auf dem iPhone kann man jetzt Widgets überall platzieren. Die App-Bibliothek ist großartig. Auf dem iPad würde ich das viel dringender brauchen und gibt es halt immer noch nicht. Ich hoffe, das kommt. Oder Apple denkt schon einen Schritt weiter und hat eine noch viel bessere Lösung. Ganz, ganz kleiner Punkt wäre, der das iPad immer wieder ausbremst. Man kann damit keine Festplatten formatieren. Als ich neulich eine Festplatte installieren wollte, muss ich dafür den Mac nehmen, weil das iPad nicht formatieren kann. Dann, wer damals mitgemacht hat bei dem Fit4Frick-Fitness-Wettbewerb, der wird es erkannt haben. Das ist sehr lustig, diese Fitness-Wettbewerbe mit der Uhr. Nur das Problem ist, die gehen nur bilateral. Möchte man das mit mehreren Leuten machen, braucht man einen Programmierer, der da alles rundum programmiert und schaut, dass die Leute dann zusammentreffen und immer per K.O.-System weiter gegeneinander antreten. Alles sehr, sehr mühsam. Warum baut das nicht Apple gleich ein? Mal schauen. Läge auf der Hand, nicht? Auf der Hand liegt auch endlich richtiger Bildschirm-Support fürs iPad. Ich denke, das ist auch ziemlich gesetzt dieses Jahr. Aber mal schauen. Ist ja nur die Bingo-Karte. Aber von dem Punkt erwarte ich mir sehr viel. Etwas, was mir am iPad auch immer noch fehlt und darum auch auf der Bingo-Karte gelandet ist, ist Webcam und Streaming-Support. Wenn wir Livestreams auf YouTube machen, muss ich immer meinen alten Mac von 2013 nehmen, weil am iPad kannst du keine zusätzliche Webcam anschließen, nicht irgendein externes Mikro und dann alles noch irgendwo hin streamen. Das funktioniert einfach noch nicht. Da wäre etwas sehr willkommen. Dann vermutlich am willkommendsten von allen Punkten hier und am unrealistischsten, seien wir ehrlich, ein großer Siri-Quantensprung. Ja, Offline-Siri, Super-Smart-Siri, Siri 2.0, irgend sowas wäre doch langsam mal fällig. Schließlich haben sie den oberkünstlichen Intelligenztypen von Google abgeworben. Da möchten wir endlich mal was sehen. Vielleicht dieses Jahr. Und das Letzte ist noch ein ganz egoistischer Punkt von mir. Ich glaube nicht, dass das kommt. Mir wäre es allerdings sehr gelegen, wenn das käme. Ich mag ja True Tone auf dem iPad, wo der Weißwert angepasst wird, dass alles sehr echt ausschaut. Das ist super schön, um zu lesen, nur ist es super doof, um Fotos zu bearbeiten. Mir passiert es immer wieder, dass ich True Tone drin habe, das Foto bearbeitet und dann merke ich, warum ist das alles viel zu gelb? Ah Mist, ich habe True Tone drin gelassen. Warum können Apps True Tone nicht ein- und ausschalten? Beispielsweise, wenn ich lesen möchte, geht True Tone an. Wenn ich Lightroom, meine Fotobearbeitungs-App, verwende, geht True Tone aus. So einfach wäre es. So, und damit ist meine Bingo-Karte voll und ich habe gewonnen. Ja, mal schauen, wie viele von den Punkten sich dann bewahrheiten. Um 19 Uhr am Montag geht es los. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, den Link zum Live-Ticker schreibe ich unten an dieses Video drin und vertwittern werde ich den natürlich auch. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen und schauen, was da kommen wird. Falls ihr diese Bingo-Karte auch haben wollt, ich werde sie auch leer auf Twitter noch publizieren. Könnt ihr auch mal ausfüllen. Dann schauen wir dann, wer gewonnen hat. Falls dieses kurze Video hilfreich war, Daumen nach oben. Falls nein, Daumen nach unten. Falls ihr Fragen oder eigene Ideen habt, immer unten in die Kommentare rein. Falls etwas ein Riesenquatsch war oder ihr eine viel bessere Idee habt, immer rein damit. Ich bin da immer sehr gespannt. Und, wenn ihr schon dabei seid, gerne auch ein Abo abschließen. Dann verpasst ihr auch sicher kein weiteres Video zur WWDC und den vielen Sachen, die da kommen werden. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.